Man lebt nicht, um zu arbeiten. Man arbeitet, um zu leben. Bravo! Du hast viele Fortschritte gemacht. Danke. Wie oft pro Woche spielst du Klavier? Drei- oder viermal pro Woche. Super! Und du? Im Moment sehr wenig. Zweimal pro Monat vielleicht. Wie schade. Ich weiß. Seitdem ich mit meinem neuen Projekt angefangen habe, habe ich nicht viel Zeit für meine Hobbys. In Australien ist Freizeit sehr wichtig. Vor allem Sport. Du hast recht. Ich muss auch mehr Sport machen. Kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben? Klar. Was machst du denn gern? Laufen, schwimmen, Tennis spielen. Kennst du einen guten Tennisverein? Ich kenne keinen. Aber ich werde eine Arbeitskollegin fragen, die oft Tennis spielt. Sie kennt bestimmt einen. Und warum kommst du nicht mit Cécile und mir schwimmen? Unser Schwimmbad hat bis 22 Uhr auf. Für mich ist es zu weit. Ja, ich verstehe. Und bei dir im Viertel gibt es keins? Doch, aber es schließt um 19 Uhr. Entschuldigung, mein Chef. Ich muss los. Kein Problem. Aber vergiss nicht. Man lebt nicht, um zu arbeiten. Man arbeitet, um zu leben. John hat viele Fortschritte gemacht. Er übt drei- oder viermal pro Woche. Anna muss mehr Sport machen. Die Arbeitskollegin kennt bestimmt einen Tennisverein. Das Schwimmbad schließt um 19 Uhr. Ich möchte ein paar Tage. Die Arbeitskollegin kennt ein. Er fröh negó Digitarof.